Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Adobe Online Show für technische Kommunikation. Heute mit dem Thema FrameMaker XML Author, ein ganz neues Produkt aus dem Hause Adobe. Mein Name ist Uli Isermeyer und ich habe heute wieder den Markus Bollenbach mitgebracht. Markus, grüß dich. Hallo Uli. Ja, wir möchten Ihnen einfach mal in den nächsten 30 Minuten so einen kleinen Überblick geben. Was verbirgt sich eigentlich hinter diesem neuen XML Editor von Adobe? Und dazu vielleicht mal die erste Frage, Markus. Was sind denn eigentlich so die Zielgruppen für den neuen XML Author? Ja, aus meiner Sicht ist die Hauptzielgruppe eigentlich Autoren und Themenexperten, die in XML-basierten Prozessen Informationen zuliefern sollen. Also das heißt, es gibt eine zentrale Stelle, die die Daten und Informationen sammelt, aufbereitet. Aber es gibt eben viele Teilbereiche im Unternehmen, die dort Informationen in diesen Prozess einspeisen und das typischerweise mittlerweile häufig im XML-Format. Und dafür benötigt man eben XML-Editoren, reine XML-Editoren, wie es der XML-Orther einer ist. Ja, das könnte ich ja mit einem Frame-Maker auch machen. Der kann ja auch schon eine ganze Weile richtig gut XML. Wieso hat man jetzt ein neues Produkt hier auf den Markt gebracht? Der Punkt beim Frame-Maker ist, dass er, wie du sagst, schon sehr lange XML bearbeiten kann, für viele Prozesse aber einfach ein bisschen zu kostspielig war, weil ein Großteil der Funktionalitäten von Frame-Maker, der ganze Formatier-Bereich und Entwicklung von Templates und ähnlichen Dingen, für solche Prozesse gar nicht benötigt werden. Das wird einmal zentral vorbereitet und dann braucht man eben, wie gesagt, eigentlich nur noch eine Editierumgebung zum Erstellen der Inhalte. Und dafür braucht man keinen vollwertigen Frame-Maker, der natürlich auch um einiges teurer ist als der XML-Orther. Ja, was kostet jetzt der neue XML-Orther? Also wie gesagt, neues Produkt, aber auch ein neuer Preis. Was kostet er? Ab 399 Euro für die englische Version. Ja, also das ist wirklich in dem Preissegment, wo sich natürlich auch eine ganze Menge der Wettbewerber bewegen. Was unterscheidet denn jetzt den Frame-Maker von den Wettbewerbsprodukten? Warum ist denn jetzt ein Kunde im Endeffekt besser beraten, wenn er den XML-Orther nimmt und nicht ein anderes Produkt? Aus meiner Sicht ist das Spannende daran, dass der XML-Orther, obwohl er jetzt sozusagen reduziert wurde auf die XML-Funktionalitäten, nach wie vor das Alleinstellungsmerkmal des Frame-Makers mitbringt, nämlich diese Visivik-Darstellung. Das heißt, der Autor oder der Redakteur, der jetzt seine Inhalte erstellt, bekommt am Bildschirm angezeigt, wie der Ausdruck aussieht. Und das ist etwas, was die anderen XML-Editoren nach wie vor nicht leisten. Okay, ja gut. Das wollen wir jetzt nicht alles theoretisch erklären. Wir wollen Ihnen das natürlich auch zeigen. Deswegen, Markus, die Einschränkungen und so weiter, das werden wir dann gleich alles mal am Produkt sehen. Fangen wir doch vielleicht mal an mit dem XML-Orther. Vielleicht kannst du uns mal ganz kurz zeigen, wie der sich gestaltet, wie der aussieht und was jetzt hier das Besondere ist. Und das möchte ich gerne tun. Also, ich zeige einfach mal ein typisches XML-Beispiel. Und an diesem Beispiel möchte ich einfach eine Funktion zeigen, die mit FrameMaker 11 das Licht der Welt erblickt hat. Und für diejenigen unter Ihnen, die mit FrameMaker schon mal gearbeitet haben, werden auf den ersten Blick feststellen, dass sie gar nicht so viele Unterschiede sehen. Und das ist, denke ich, auch einer der großen Vorteile. Und deswegen bietet eben der XML-Orther hier jetzt auch die Möglichkeit, zwischen drei sogenannten Ansichten umzuschalten. Wir sind im Moment in der sogenannten Visivik-Ansicht. What you see is what you get, also das, was man auf der linken Seite sieht, hier schön die dreispaltige Darstellung. Genau. Das wäre natürlich auch genau das, was hinterher im PDF oder im Ausdruck zu sehen wäre. Gleichzeitig bietet eben der XML-Orther den sogenannten Autoren-View oder Author-View. Damit wird jetzt sozusagen die Layout-Lastigkeit weitestgehend aufgehoben. Ich habe keine Spalten mehr. Ich habe auch keinen Seitenbezug mehr. Das heißt, ich habe jetzt hier, das habe ich vorher nicht angesprochen, aber ich habe jetzt quasi nur noch eine große Seite. Damit verhält sich der FrameMaker eher wie ein Online-Editierwerkzeug, wo es ja auch keinen Seitenbezug gibt. Also zum reinen Editieren hervorragend geeignet. Und da brauche ich jetzt auch natürlich keinen Visivik, aber natürlich zur Kontrolle nicht schlecht. Okay, wie sieht denn das jetzt mit dem reinen XML-View aus? Wenn es ein XML-Editor ist, dann erwarte ich das natürlich von einem XML-Editor, dass er das auch kann. Genau. Ich hatte ja von drei Views gesprochen und damit sprichst du jetzt auch den letzten der drei Views an. Das ist eben der native XML-View. Kannst du nochmal größer machen? Ich bin blind. Die Zuschauer sehen wahrscheinlich auch nicht viel. Kann ich natürlich machen. Das heißt, hier habe ich wirklich den Zugriff auf die nativen Informationen im XML-Format. Ich habe natürlich auch Funktionen wie zum Beispiel Pretty Printing, der mir hier einfach eine etwas verschönerte Darstellung bietet und das Ganze ein bisschen einrückt, sodass man es besser lesen kann. So, und hier haben wir jetzt eben diese eingerückte Darstellung, die einfach die Lesbarkeit verbessert. Und das Schöne ist jetzt eben, dass ich hier dynamisch umschalten kann. Das heißt, zwischen diesen einzelnen Ansichten kann ich jetzt jederzeit wechseln und mir so einen Überblick verschaffen über meine Dokumente. Naja, wenn man jetzt mit mehreren Editoren an so einem Dokument arbeitet, dann gibt es natürlich auch sehr viele Abstimmungsprozesse, also typischer Kommentar-Workflow. Da haben wir ja in FrameMaker schon länger diesen PDF-Workflow, wo ich mit dem kostenlosen Reader hier einen Kommentar im Text setzen kann, beziehungsweise auch die Texte richtig korrigieren kann. Was hat sich denn da jetzt getan? Da gibt es ja Neuigkeiten, oder? Genau. Da gibt es Neuigkeiten. Dahingehend, dass bei dem bisherigen Verfahren es ja so war, dass das Quelldokument nicht geändert werden durfte eigentlich. Während der Abstimmung. Richtig, weil der Reimport der PDF-Kommentare im Prinzip auf der Position beruhte. Das heißt, wenn sich dann Verschiebungen ergaben durch Löschung oder Hinzufügung, wussten die Kommentare quasi nicht mehr, wo sie hin sollten. Das ist jetzt in dem neuen Verfahren seit FrameMaker 12 geändert und das kann ich auch einfach mal schnell zeigen. Also alle Features, die FrameMaker 12 kann, die wir ja letzte Woche gezeigt haben, die kann der XML-Author auch? Ja, kann er. Das heißt, du machst jetzt was? Ich öffne einfach mal ein Beispieldokument, an dem ich das zeigen möchte. Ich habe hier ein klassisches DITA-Topic, an dem ich jetzt diesen Kommentarimport zeigen möchte. Wichtig ist eine Sache noch, dass mit diesem neuen Prozess bei strukturierten Dokumenten es notwendig ist, dass alle Elemente eine ID haben. Wie kann man das sehen, dass die eine ID haben? Kann man das schon feststellen? Das kann man hier zum Beispiel in der Strukturansicht sehen. Hier gibt es eben ein Attribut ID, in dem was drinsteht oder eben auch nicht. Wenn sie nicht drin ist, wie macht man das, dass es eine ID hat? Da das idealerweise eine sogenannte Unique-ID sein soll, gibt es jetzt hier ein neues Werkzeug, das heißt eindeutige ID für Elemente zuweisen und das geht durch dieses Dokument durch. In dem Fall gibt es überall schon IDs und das ist die Voraussetzung dafür, dass das, was ich jetzt gleich zeigen möchte, funktioniert. Das heißt, als nächstes gehe ich jetzt hin und sage, ich speichere dieses Dokument einfach mal als PDF und sage speichern. Wichtig ist in dem Kontext allerdings auch, und das darf man nicht vergessen, dass hier trotzdem ein getaggtes PDF erzeugt werden muss, in dem idealerweise dann eben auch die Absatztypen noch berücksichtigt werden. Deswegen schalte ich das hier noch ein, sage, dass er mir das PDF noch in Acrobat anzeigen soll und lasse das Ganze jetzt mal laufen. Gut, vielleicht kurze Zwischenfrage, während er das rechnet. Tagging heißt ja, dass dieses PDF-Dokument eine Struktur bekommt und das nachher beim Import auch genau aufgrund dieser PDF-Struktur gesehen werden kann. An der Stelle ist der Text, an der Stelle ist der Text, an der Stelle wurde das Bild korrigiert, wie auch immer. Genau, das ist eine der Voraussetzungen. Und bei strukturierten Dokumenten eben das Vorhandensein dieser IDs. So, jetzt sind wir hier im Acrobat. Auch da vielleicht noch ein ganz kleiner Hinweis für die Zuschauer. Wir müssen nicht unbedingt im Acrobat sein, wenn Sie so ein PDF dokumentiert korrigieren wollen, die Texte korrigieren. Das geht auch ab dem Reader 11 ohne Freischaltung. Früher musste man das immer freischalten mit dem Acrobat Pro. Dann konnte der Reader Texte korrigieren. Ab der Version 11 Reader kann er das immer. Und da gibt es jetzt vielleicht zwei, drei Sachen zuzusagen. Und zeige uns das doch einfach mal, wie das jetzt korrigiert wird. Genau. Also es gibt natürlich die verschiedenen Kommentarfunktionen. Es gibt aber eben auch diese intelligente Kommentarfunktion, die ich persönlich ganz besonders mag, die mir auch hier nochmal erklärt, was sie tut. Und wenn ich die jetzt benutze und jetzt hier einfach irgendwo mal hingehe, einfach entfernen oder die Backspace-Taste, dann erkennt eben diese Kommentarfunktion, dass ich hier offensichtlich eine Löschung durchführen will. Also vielleicht ganz kurz, das war schon mal in Acrobat 9 drin, das war in 10 wieder rausgeflogen, blöderweise. Wir haben uns alle beschwert und jetzt ist es wieder drin. Also im Reader 11 und im Acrobat 11 haben Sie dieses Sternchen. Dann brauchen Sie nicht immer rumklicken, sondern können direkt reinschreiben, dazwischen ersetzen und so weiter. Genau. Also da reicht es eben zum Beispiel auch hier, wenn ich einfach einen Text markiere, eine andere Zahl schreibe und entsprechend werden hier die Inhalte gelöscht oder geändert in dem Fall. Und hier sage ich von mir aus auch nochmal löschen, speichere das Ganze jetzt. Stopp, bevor du das machst, vielleicht ganz kurz. Also ich sehe, dass die Schrift da grau ist und dass da auf der linken Seite so ein Wasserzeichen drin ist. Ist das zu Werbezwecken oder was soll das? Ja, danke für den Hinweis. Das ist eine der, nennen wir es ruhig, Einschränkungen, die der XML-Author mitbringt. Die PDF-Erstellung ist möglich, aber eben mit Wasserzeichen und eben in dieser ausgegrauten Form. Hintergrund ist, dass die Idee der Prozess ist. Das heißt, der XML-Author ist eine Komponente in diesem Prozess im Bereich der Zulieferung, im Bereich der Abstimmung natürlich auch, aber eben nicht für die Auslieferung der Informationen. Die soll zentral gesteuert werden, entweder über den Frame-Publishing-Server zum Beispiel oder eben über eine zentrale installierte Frame-Maker-Voll-Version. Okay, das heißt also, mit Frame-Maker-Voll kann man nach wie vor hochwertigste, 1500-seitige PDFs machen. Mit dem Author kann ich die auch, aber die haben halt ein Wasserzeichen und sind grau. Genau. Deswegen, eine Version von Frame-Maker brauchen sie zum Publischen. Gut, jetzt haben wir das korrigiert. Jetzt kommt von mir ein Zwischenruf in dem Text, musst du noch schnell was ändern. So einfach mache ich es dir nicht. Also vielleicht gehst du mal ganz kurz in den XML-Author und änderst in diesem Text mal was aus. Ich speichere jetzt erstmal schnell dieses Dokument als kommentiertes Dokument und gehe jetzt zurück zu Frame-Maker. Bis hierhin, wie gesagt, konnten wir das früher auch schon. Das wäre jetzt noch nicht so wahnsinnig aufregend. Was ich jetzt zeige, ist eben, dass wir das Quelldokument zwischenzeitlich ändern können, bevor die Kommentare zurückimportiert werden. Also ich hatte eine Änderung hier im ersten Absatz und ich lösche jetzt mal den zweiten Absatz und hier zum Beispiel füge ich mal noch neue Listenelemente ein vor diesem zweiten Listenabsatz, in dem ich einen Kommentar habe. Da schreibe ich jetzt einfach mal nichts rein. Und wenn ich jetzt die Kommentare eben übernehme aus meiner kommentierten PDF-Datei, dann müsste er das normalerweise auch trotzdem richtig einfügen, oder? Davon gehe ich jetzt mal aus und ich sehe, dass er jetzt eben hier vier Kommentare übernommen hat und Sie sehen zum Beispiel, dass diese Löschung, die ich da unten durchgeführt habe, obwohl jetzt zusätzliche Listeneinträge dazugekommen sind, an der korrekten Stelle einsortiert wurde. Gut, bevor wir jetzt das abbrechen, vielleicht ganz kurz da oben diese Zeile. Da kannst du vielleicht auch noch zwei Sachen zu sagen. Genau. Da kann man jetzt, glaube ich, die Kommentare akzeptieren oder halt nicht. Das heißt, man geht durchs Dokument und sagt, Nee, das sehe ich gar nicht so. Diese Palette, die du ansprichst, Uli, das ist die sogenannte Textänderungsnachverfolgung. Und die erlaubt mir eben, hier die einzelnen Kommentarstellen anzuspringen und sie dann eben zu akzeptieren oder abzulehnen. Also so die Vorschläge, die der PDF-Kommentator... Akzeptier mal, dann müsste man ja eigentlich jetzt gleich sehen, dass das verschwindet. Da ändert sich. Sehr schön. Okay, sehr schön. Also hier wirklich eine sehr einfache Lösung für Kommentare. Kostenlosen Reader hat jeder auf dem Rechner. Ich brauche also keine zusätzliche Software für die anderen, die hier Texte korrigieren. Nächstes Thema. Wir haben ja da eine Kompatibilität auch zwischen FrameMaker 12 und dem XML-Authour. Beim FrameMaker 12 haben wir eine Zusatzfunktion, dieses MathML, also für mathematische Funktionen in XML-Struktur. Gibt es das auch im XML-Author? Natürlich gibt es das auch im XML-Author und auch das kann ich schnell zeigen. Es wird dafür ein spezielles auf Dieter basierendes MathML-Sample mitgeliefert, damit man da einfach das mal ausprobieren kann. Ich sage mal okay. Und jetzt passiert was, worauf ich gar nicht explizit darauf hingewiesen habe. Ich gehe vielleicht gerade noch mal zurück. Achten Sie mal hier oben links auf diese Ecke. Wenn ich jetzt noch mal zum Newsletter zurückgehe, diese Leiste verkürzt sich zu einem Fragezeichen. Wenn ich jetzt noch mal in mein XML-Beispiel reingehe, dann sehen Sie hier plötzlich, dass hier solche Icons auftauchen. Das, was Sie hier sehen, das ist die neue, im Englischen nennt sie sich Quick Element Toolbar. Das heißt, hier habe ich jetzt die Möglichkeit, typische Elemente, die ich häufig benutze, wie zum Beispiel Listen, nummeriert und punktiert, Bilder, Tabellen und Ähnliches einzufügen. Und was ich jetzt gleich noch zeigen kann, ist, ich habe mir selber hier, weil diese Liste relativ einfach konfigurierbar ist, oder diese Toolbar, einen eigenen Menüpunkt noch eingebaut zum Einfügen solcher mathematischer Gleichungen. Das heißt, man kann sich das selber anpassen und dann natürlich hier auch sehr schnell arbeiten, weil ich nicht immer hochspringen muss, sondern ich schiebe mir diese Floating Toolbar genau an die Textstelle. Richtig. Und dann klicke ich. Und das Geniale ist, da liegt im Prinzip eine XML-Datei dahinter, die jetzt konfiguriert, für welche Strukturapplikationen diese Icons gelten und welche Icons das geben soll. Das Einzige, was ein bisschen tricky ist, ist das Einbinden der Icons. Da muss man dann ein bisschen tiefer in FrameMaker eingreifen. Aber es geht. Also ich habe es hingekriegt. Also sogar du hast es hingekriegt, also sollte das auch funktionieren. Genau. Das ist kein grundsätzliches Problem. Gut. Und jetzt nochmal zu dem MathML, das hast du ja jetzt aufgerufen. Genau. Mach doch mal ein paar schöne Formeln hier. Genau. Ich füge jetzt einfach mal auch alternativ hier die Möglichkeit, über ein Strukturelement eine Gleichung einzufügen und kann mir jetzt hier einfach meine Gleichung zusammenklicken, kann hier natürlich irgendwelche Dinge... So eine Formel gibt es nicht, aber mach nichts. Du scheinst der Mathematiker unter der Sonne zu sein. Absolut. Aber mach vielleicht noch ein paar zusätzliche Formeln hier mal rein. Genau. Ich klicke hier einfach mal was zusammen. Was eigentlich das Spannende ist, ist wenn ich jetzt hier sage, okay, bis hierhin wäre es an sich noch gar nicht mal so aufregend, weil FrameMaker ja schon seit vielen, vielen Jahren einen Gleichungseditor hat. Mit dem könnte ich das Gleiche machen. Das Problem mit dem Gleichungseditor, wie wir ihn bisher kennen, ist... Der ist wahrscheinlich nur rein grafisch. Richtig. Und lass mich raten, das Ding kann echtes XML. Genau. Kannst du es mal zeigen? Wir haben hier jetzt echtes XML, das heißt, ich habe eine visuelle Darstellung im Visivik, aber wenn ich jetzt hier in den XML-View umschalte, dann habe ich hier eben... In groß vielleicht. Ja. Auch für die älteren Herrschaften. Ja, ich habe Gleitsicht, aber ich muss es trotzdem immer wieder fragen. Hier habe ich jetzt meine MathML-Formel im XML-Datenstrom abgebildet und kann jetzt hier natürlich entsprechend auch editieren. So sieht natürlich dann auch das Ganze aus, wenn ich es als XML-Datei speichere. Nochmal kurze Zwischenfrage. MathML ist aber kein kostenloses Plugin, was wir mitliefern. Das muss ich extra nochmal lizenzieren. Richtig. Es ist ein Drittanbieter-Plugin, was defaultmäßig mitinstalliert wird. Dann als 30-Tage-Testversion. Und danach muss man sich dann eben einen Lizenz-Key zulegen. Okay, okay. Gut, sehr schön. Dann kommen wir vielleicht zum nächsten Thema, DITA. Vielleicht kannst du da mal kurz zeigen, was hier der XML-Author bezüglich DITA, DITA-Map leistet. Genau. Also ich möchte zum einen mal zeigen, wie ich in FrameMaker einfach neue DITA-Dokumente anlegen kann. FrameMaker wird standardmäßig mit einer DITA-Applikation ausgeliefert. Deswegen kann ich hier eben zum Beispiel sagen, ich möchte ein DITA-Topic oder eben ein Task oder Konzept erzeugen. Und wenn ich jetzt hier sage, leg mir mal bitte ein Topic an, dann tut er das. Hier bekomme ich eben auch gleich zu sehen, was FrameMaker noch an Autorenunterstützung leisten kann. Das sind mehrere Dinge, die man auf einen Blick sieht. Dazu gehört zum Beispiel, dass hier automatisch eben Standard-Elemente, von denen ich der Meinung bin, dass der Autor oder der Redakteur sie befüllen sollte, hier auch gleich anlege. Das ist das eine. Und zum anderen sieht man hier drüben in der Darstellung auch, dass sogenannte Bannertexte angezeigt werden, die sagen, okay, gib bitte hier einen Titel ein. Und wenn ich jetzt hier sage, okay, ich gebe einen Titel ein, dann verschwindet eben dieser Bannertext. Das heißt, man kann also als Editor oder als Textautor direkt hier reinklicken und hat quasi ein DITA-Template. Muss ich nicht über irgendwelche XML-Strukturen Gedanken machen. Das haben andere Leute schon gemacht. Hoffentlich. Hoffentlich. Und kann direkt drauf losschreiben. Genau. Das ist natürlich toll. Was ist zum Thema Kataloge? Gibt es da irgendwas? Also ich habe mal gehört, man kann jetzt ganz einfache Dinge ersetzen, also Preise oder Währungen oder irgendwelche Sachen. Komme ich gleich noch darauf zurück. Lass mich gerade noch schnell ein Stichwort aufgreifen, nämlich das Thema Kataloge. Stichwort Benutzerunterstützung. Es gibt eben neue sogenannte Smart-Kataloge. Beispiel, ich sitze jetzt hier an einer bestimmten Stelle in der Struktur. Dann sehe ich natürlich zum einen hier im Elemente-Katalog, welche Elemente hier möglicherweise zulässig sind. Ich kann aber eben auch einen der neuen Smart-Katalogen nutzen, indem ich zum Beispiel einfach mal STRG 1 drücke. Jetzt kriege ich im Prinzip die gleiche Liste. Aber ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich tippe einfach mal auf D und bekomme jetzt sämtliche Elemente, die mit D beginnen. Und wenn ich jetzt noch ein L tippe, bleibt eben nur noch ein Element übrig. Und wenn ich jetzt die Enter-Taste drücke, dann wird hier automatisch eine solche Definition-List eingefügt. Und man sieht, hier kommen also auch gleich entsprechend Elemente mit. Wenn ich hier auch nochmal die Tag-Ansicht aktiviere in FrameMaker, dann sehe ich sie eben auch gleich im Dokument drin. Das heißt also, es ist auch so für Herrschaften wie uns, die öfters mal die Sachen vergessen. Da weiß ich nur noch den ersten Buchstaben, zack, kommt mir die ganze Liste und schon bin ich drin. Ich muss also nicht alles auswendig können. Also gerade bei Dieter ist, also eine Schwäche von Dieter ist ja, dass es sehr, sehr umfangreich ist. Also an bestimmten Stellen, da habe ich einfach auch sehr, sehr viele Elemente. Und da hilft mir diese Suchfunktion natürlich auch schnell durchzukommen. Gut, ja, vielleicht kannst du jetzt einfach noch das Thema Smart-Paste kurz erläutern, was sich dahinter verbirgt. Gerne, das finde ich nämlich eine ziemlich coole Funktion. Ich schmeiße das gerade mal raus. Wir haben ja gesagt, dass der XML-Author ja gerne in Prozessen benutzt wird. Dazu gehört natürlich auch dann im Wesentlichen die Erstellung von Informationen. Jetzt schreibt man typischerweise natürlich nicht alles neu, sondern hat ja vielleicht schon Word-Dokumente, aus denen man was übernehmen will, irgendwelche anderen Textquellen. Und wenn man jetzt einfach nur einen Copy-Paste-Prozess macht, dann ist das typischerweise in strukturierten Umgebungen eben nicht unbedingt von Erfolg gezeichnet. Das kann ich einfach auch mal zeigen. Gut, ja, schauen wir uns nochmal an. Gehst du jetzt in Word? Genau, ich habe hier mal so ein typisches Word-Dokument. Machen wir es mal noch ein bisschen kleiner. Okay. So. Das nehme ich jetzt einfach mal in die Zwischenablage. Da sind noch ein paar Bilder drin, Tabellen drin, etc. Ich kopiere das, gehe jetzt zurück zu FrameMaker und setze mich jetzt hier an eine Stelle und sage jetzt einfach mal fälschlicherweise einfügen. Dann passiert etwas, was relativ häufig passiert und früher war das eben ziemlich lästig, weil ich dann anfangen musste, jetzt manuell hier zu korrigieren. Wenn man jetzt einen Blick in die Strukturensicht wirft, dann ist hier alles rot und rot in der Strukturensicht heißt einfach, wir haben hier fehlerhafte Strukturen. Houston, we got a problem. Genau. Das heißt, das war offensichtlich nicht der richtige Weg. Deswegen gehe ich jetzt hier nochmal einen Schritt zurück und sage jetzt stattdessen, Menüpunkt bearbeiten, intelligente Einfügefunktion. Ich habe immer noch die Inhalte in der Zwischenablage und jetzt wird dieser Inhalt der Zwischenablage über eine Transformation so aufbereitet, dass die Inhalte korrekt eingefügt werden. In dem Text waren auch Grafiken drin und weil ich mit in den Text kopierten Grafiken in XML-Umgebungen nicht arbeiten kann, werden hier automatisch Referenzen erzeugt. Die Bilder werden sauber rausgeschrieben und neu referenziert und das funktioniert soweit ganz gut. Und somit bekomme ich jetzt hier eben eine Struktur, also meine Tabelle zum Beispiel, die ist dann hier eben auch sauber gegliedert. Es ist nichts mehr rot in der Struktur. Zeigen wir doch mal vielleicht ganz kurz als Visivik, damit man das ordentlich sehen kann, ohne... Ja, okay. Sehr schön. Ja, das ist natürlich eine schöne Geschichte. Man braucht sich wiederum nicht so viel Arbeit machen. Wird einfach mitgedacht, wird einem viel aus der Hand genommen. Also out of the box muss man dazu sagen, diese Smart-Paste-Funktion unterstützt DITA-Struktur. Das heißt, wenn ich jetzt in DITA arbeite, dann kann ich natürlich auch diese DITA-Struktur nutzen oder diesen Import nutzen. Habe ich jetzt eine eigene Struktur, muss ich diesen Import oder das CSS und ähnliche Dateien, die drunter liegen, einmal anpassen an meine Struktur. Aber es geht grundsätzlich. Gut, aber dafür brauchen wir, um so ein DTD zu erstellen, brauche ich ja dann wieder den vollen Frame-Maker. Ich kann mit Frame-Maker XML-Orther so ein DTD aber nutzen. Genau. Sehr schön. Jetzt habe ich hier 1500 Seiten und bin blöderweise irgendwie an einem Problem und die ganze Session stürzt mir ab. Was passiert dann hier mit meinem Dokument, was ich drei Stunden lang geschrieben habe? Ja, hoffentlich stürzt Frame-Maker nicht ab. Also ich muss sagen, ich habe seit ich jetzt mit Frame-Maker 12 arbeite, eigentlich wirklich, ich glaube, noch keinen Absturz gehabt. Also richtig stabil, richtig gut geworden. Richtig. Also das waren zwei der Funktionen, die die Entwickler sich auf die Fahne geschrieben hatten. Sehr schneller Start. Auch das ist was, was man wirklich feststellt im Vergleich zur früheren Version, dass er wesentlich schneller startet. Und also bis jetzt, toi toi toi, wirklich sehr stabil. Wenn er aber mal abstürzen sollte, und das möchte ich jetzt nicht provozieren, aber ich möchte eine Funktion zeigen, mit der man das ganz gut zeigen kann. Dann mache ich jetzt hier mal eine DETA-Map auf. Das ist eben auch eines der Feature von Frame-Maker, dass ich hier auch mit einer DETA-Map einfach problemlos arbeiten kann. Und sage jetzt einfach mal, bitte öffne alle Dokumente in der DETA-Map. Das ist durchaus ein gängiger Prozess, bei dem ich dann mal sage, okay, ich habe jetzt irgendeine Buchdatei mit mehreren hundert Dokumenten, die ich jetzt abarbeiten will. Und das tue ich jetzt auch einfach mal. Und jetzt habe ich einen Teil der Dokumente dann möglicherweise schon erledigt. Erlädt noch. Okay. So. Und jetzt habe ich eben einen Teil der Dokumente schon erledigt. Die mache ich vielleicht auch wieder zu. und beende jetzt Frame-Maker wieder. Lasse aber diese Dokumente im Hintergrund mal offen. Und jetzt kommt auch ein neuer Dialog, der auch aus Frame-Maker 12 kommt. Nämlich ein Dialog, der mich global fragt, ob ich sichern will. In diesem Dialog, den ich auch als Pod bekomme, kann ich auch sagen, okay, welche Dokumente sind überhaupt im Moment geöffnet? Kann dahin navigieren und ähnliches mehr. Diese Form des Dialoges, die sagt jetzt nur, okay, es gibt Sicherungsbedarf. Möchtest du sichern? In dem Fall sage ich einfach mal ja. Falls ich nicht sichern möchte, schalte ich hier das Häkchen einfach aus. Ich sage, okay. Lass mich raten. Und jetzt, wenn du das nächste Mal startest, dann ist es so, dass tatsächlich der Frame-Maker XML-Orsa wieder alles so zurückholt, wie du die letzte Session verlassen hast. Wenn alles klappt, dann ja. Das heißt, ich starte jetzt Frame-Maker. Ich sehe schon, da hinten dran ist Captivate. Das machen wir dann morgen mit dem RoboHelp zusammen, oder? Genau. Jetzt gibt es hier einen neuen Eintrag, der heißt Sitzungswiederherstellung. Und ich sage jetzt einfach, letzte Sitzung wiederherstellen. Und jetzt passiert eben was relativ Cooles. Er lädt jetzt alle zuletzt geöffneten Dokumente. Ich habe jetzt keine Seitenausschnitte oder Ähnliches gewählt. Auch die würde er wiederherstellen. Also Zoom-Faktor oder genau den Ausschnitt. Super. Das ist ja toll. Und das funktioniert eben einmal willentlich, eben so wie ich es jetzt gerade gemacht habe, dass ich sage, okay, ich beende jetzt absichtlich die Arbeit hier, Feierabend, setze da aber morgen wieder auf. Oder eben im Extremfall würde das auch nach einem... Wenn irgendein anderes Programm hier den Rechner nahmlegt. Genau. Ja, genau. Sehr schön. Also richtige, viele schöne Brot- und Butterfunktionen, die das tägliche Arbeiten erheblich beschleunigen und einem das Lächeln wieder bringen. Ja, sehr schön. Dann gibt es jetzt vielleicht noch zwei kleine Sachen. Suchen und ersetzen. Kannst du vielleicht nochmal ganz kurz zeigen. Genau. Auch das... So, machen wir die mal zu. Zack. Ich zeige mal ein Beispiel für die erweiterte Suchen und Ersetzen-Funktion. Und zwar geht es in dem Fall einfach darum, dass wir in FrameMaker und im XML-Author damit auch jetzt mit regulären Ausdrücken suchen können. Reguläre Ausdrücke sind eben eine Möglichkeit, relativ differenzierte Suchbefehle zu definieren, aber eben auch mit Platzhaltern sehr leistungsfähige Ersetzungsprozesse zu zeigen. Also so à la Select, Star, From, Where und so weiter. Naja, so ähnlich. So ähnlich. Okay, dann zeige uns das doch mal. Genau. Also, ich rufe mal den Suchen und Ändern-Dialog auf. Der sieht auf den ersten Blick noch gar nicht so groß anders aus. Aber es gibt jetzt hier einen zusätzlichen Schalter. Der heißt reguläre Ausdrücke. Und habe jetzt hier mal, weil ich selber nicht fließend reguläre Ausdrücke spreche und bevor ich mich vertippe, habe ich das mal vorbereitet und suche jetzt zum Beispiel mal an dieser Stelle hier, mache es ja auch mal größer, da habe ich jetzt zum Beispiel ein Datum in amerikanischer Schreibweise, das gefällt mir nicht und das wäre jetzt zum Beispiel ein regulärer Ausdruck, der nach solchen Zahlenangaben sucht und das soll ersetzt werden durch die deutsche Schreibweise und damit lasse ich ihn dann auch ersetzen. Schauen wir mal, ob er das findet, sieht gut aus und wenn ich jetzt sage Ändern, dann ändert er die Schreibweise hier eben entsprechend. Also nicht nur einfaches Austauschen von Zahlen, sondern auch ein bisschen intelligent mit tatsächlich Formeln und so weiter. Richtig. Ah ja, also das ist natürlich gerade bei mehrsprachigen Dokumenten, wo verschiedene Sachen komplett anders dargestellt werden, eine sehr große Hilfe. Genau. Okay, gut. Was gibt es noch zu sagen zum Thema Leerraum-Normalisierung? Also da kann ich mir jetzt nur darunter vorstellen, dass er irgendwelche Blanks rausschmeißt, die da nicht hingehören. Das ist zum Beispiel auch ein Versuch, da zeige ich jetzt auch gar kein Beispiel dazu, sondern möchte es einfach nur erwähnen, weil diejenigen, die es betrifft, die wissen, was es heißt. Es ist normalerweise schon wirklich ein bisschen aufwendig in FrameMaker gewesen, Leerzeichen-Handhabung sauber einzustellen. Und das ist jetzt über ein entsprechendes Attribut steuerbar. Das heißt, ich kann bei bestimmten Elementen, wenn ich das möchte, sagen, er soll Leerzeichen erhalten oder er soll sie eben normalisieren. Das heißt, da werden überzählige Leerzeichen rausgeschmissen und ähnliche Dinge. Also da verhält sich jetzt FrameMaker auch standardkonform und kann entsprechend konfiguriert werden. Klasse. Markus, jetzt erst mal vielen Dank. Ich denke mal, das ist so ein kleiner Überblick gewesen über den XML-Author in der Kürze der Zeit. Es gibt natürlich jede Menge Fragen, die Sie haben. Zum Beispiel, ja, was ist denn jetzt der große Unterschied zu dem FrameMaker 12 und dem XML-Author? Da haben wir ja auf unserer Webseite auch ein Dokument. Das können Sie sich runterladen. Tippen Sie einfach mal XML-Author, gehen bei uns auf die Webseite. Da gibt es ein Dokument, ein Vergleich FrameMaker 12 und dem XML-Author. Was ist das Delta zwischen den beiden Produkten? Vielleicht kannst du zwei Sätze noch kurz dazu sagen. Zum einen kann man sagen, es können keine FM-Dateien geöffnet und erstellt werden. Das ist mal ein wichtiger Punkt. Also wir editieren, wenn dann XML-Dateien durchgängig. Oder Dieter. Was ja auch reine XML-Dateien sind. Punkt 1, Punkt 2 hatten wir schon mal angesprochen. Das war das Thema PDF-Ausgabe mit den Beschränkungen oder mit den Merkmalen eines Wasserzeichens und diesem ausgegrauten Text. Was auch fehlt gegenüber der Vollversion ist die Möglichkeit des Online-Publishings. Wir haben ja mit FrameMaker die Möglichkeit jetzt responsives HTML5 auszugeben. Also da wurden Teile der RoboHelp-Ausgabe integriert. Dafür hat allerdings der XML-Author jetzt auch schon out of the box das Open Toolkit integriert. Das wird automatisch mit installiert. Das gab es zwar früher schon als Plugin, musste man dann aber selber installieren und konfigurieren. Das ist jetzt mit drin. Also die Ausgabe als HTML oder als PDF über das Open Toolkit wäre grundsätzlich natürlich auch möglich. lässt sich natürlich dann auch entsprechend konfigurieren. Vielleicht ganz kurz. Ich meine, wir haben ja hier eine ganz, ganz leistungsstarke API schon seit Ewigkeiten im FrameMaker enthalten. Irgendwann kam dann ExtendScript dazu. Diese ganzen Programmierschnittstellen sind ja nach wie vor auch mit drin, oder? Richtig, also die ganzen CMS-Schnittstellen und alle weiteren Funktionalitäten wie ExtendScript sind da, lassen sich natürlich auch im XML-Author nutzen. Der lässt sich dementsprechend auch konfigurieren und automatisieren dadurch, was ihn als weiteren Anwendungszweck natürlich auch im Umfeld von CMS-Systemen als Frontend für solche Redaktionssysteme als sinnvolle Variante erscheint. Vielleicht dazu auch nochmal, wir haben natürlich mit unseren Content-Management-Systemanbietern auch ein Zertifizierungsprogramm. Fragen Sie Ihren Content-Management-Systemanbieter mal nach der Zertifizierung zu FrameMaker 12 und jetzt hier dem neuen XML-Author. Das ist auch eine ganz tolle Integration dann in diese CMS-Systeme, die auch wirklich gewährleistet, dass das nahtlos funktioniert. Und ja, damit bleibt mir einfach nur zu sagen, danke dir, Markus. Und ich hoffe, Ihnen hat es auch ein bisschen gefallen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie die noch gerne im Chat auf der Seite stellen oder auch im Nachgang dir eine E-Mail schicken. Blende ich auch noch hinterher nachher ein oder blenden wir jetzt gleich ein. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Session. Morgen ist RoboHelp. Thema und die TCS nochmal. Also TCS 5, RoboHelp Nummer 10, Nummer 11, genau, das geht so rasend schnell, Nummer 11 und natürlich Captivate 7. Und du zeigst das Zusammenspiel dieser ganzen Komponenten, Acrobat nicht zu vergessen, FrameMaker nicht zu vergessen, um dann wirklich Online-Hilfen hier auch multimedial zu erstellen. Schalten Sie da wieder rein und dann erstmal einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Von meiner Seite viel Spaß noch und danke. Tschüss.